Und schon ist es weg, das Gender-Sternchen in der Thüringer Verwaltung. Wir haben beschlossen, dass Gender-Sternchen nicht mehr verwendet werden sollen in der Kommunikation von Verwaltung in Thüringen, weil 70 Prozent der Thüringer Bevölkerung das nicht wollen. Und ich finde, man sollte Menschen nicht die Sprache vorschreiben, sondern Verwaltung sollte neutral sein. Und deswegen ist das Sternchen abgewählt.